Scheiße. Ne, da ist noch irgendwer anders, ne? Lass uns mal ein bisschen Tiermaterial besorgen. Material. Für Tiere. Von Tieren für Tiere. Genauso wie Kinderkleidung. Oh, bitte. Let's go, go, go. Wer sitzt da noch flack? Ähm, ich. Sehr gut. Will ich mal drauf, oder? Nein. Ah, sind sie weg. Äh, fahr aufs Meer hinaus, da. Super toll. Wir haben drei Stück, ne? Aber wo aus dem... Oh, God. Ich würde sagen, wir landen mit dem Heli und steigen alle in das Boot und dann fahren wir mit dem Boot wieder zurück und mit dem Heli fliegen wir nach Hause, oder so, ne? Oder? Nein, wir zerstören erst. Also, ja und nein. Äh. Ne, warte, wir machen das anders. Erstmal zerstören wir mit dem Heli das Boot. Weil wir haben ein Boot versenken müssen. Falten den ganzen Leute aus. Und dann fahren wir hier zu diesem Boot. Und holen den ganzen Kram. So, einfach alles zerstören. Der Typ da hinten beim Prachthafen, der ist die ganze Zeit mit dem Pick-up rausgerichtet. Ich kann da nicht... Ich kann da nicht... Bernie! Hm? Klacke! Was machst du denn? Junge, schieß! Weil denn der Farbe sieht die Yacht ja geil aus. Okay, reicht, 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 reicht. Soll ich schon mal was einsammeln? Oder? Ja... Ne, ist eigentlich auch egal. Wissen wir, wir sind alle auf dem Boot, ne? Ja. Weil im Wasser kann ich ja auch nicht wirklich was machen. Aber wir können uns den Typen hier holen, der uns snipert. Wo ist er denn? Ich kann sniperen, aber... Ich sehe ihn nicht. Noch nicht. Ja, obendrauf. Auf dem Turm, auf dem Turm. Neues Fläger und das Boot. Okay, gut. Aber... Dieser kleine Streu, also wirklich. Dann lass uns jetzt das Boot holen. Ja, ist hinten wieder neu gespawnt. Ja, natürlich. Weiter hinten. Oder... Kannst da nicht landen. Ich will jetzt hier den Heli landen. So, auf zum Boot. Ist hinter uns ein Leiter, ja, ne? Wo ist ein Bernie? Hier. Jetzt steigt er nicht ein. Arsch. Jetzt steigt er ein. Los, go, go, go. Go, go, Power Rangers. Da, da, da. Die suchen eine Rakete. Ja. Ja, er ist ein Held. Ja, und... Oh, guck mal. Oh, scheiße, vor uns. Was ist so? Hier ist ein Passiv. Ach, stimmt, ja. Aber der Robert da, oder? Ja. Ja. Oh, hier noch eine Kiste. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der Jet ist nicht mehr lange im Passiv. Ne, ich glaube auch. Verdammt, ich guck. Ja. Ich kann das Ding wirklich man nicht weh. Ja, ist egal, steck aus und, äh... Achso, hast du schon. Okay. So. Ich hab meinen, ich bin schon auf dem Rückweg. Aber vielleicht reicht es ihm ja, wenn er es zerstört. Vielleicht reicht es ihm ja, wenn er zuguckt, wie uns andere zerstören. Weiß ich nicht. Wie geht es euch? Seid ihr noch auf dem Weg? Ich bin kurz hinter dir. Ich bin gerade los. Warte mal. Hier vorne ist doch unser Helene. Ja, vorne ist ne Leiter, aber... Jeder wieder an seine Posi. Pilot sitzt. Wollt er nicht einsteigen? Lack ist bemannt. Ich bin drin, los. Ja, ich wollte mit dem Lenkraketenwerfer so lange hier stehen, bis wir losfliegen können. Na toll, das Ding zerstört sich hier, denn er ist draußen, bleibt unbenutzt. Er ist raus. Ja. Oder? Oder? Was? Hä? Ne, er ist noch drin. Hä? Das war aber jetzt das normale Flugsymbol. Okay, gut. Ja, das hält sich da mal so. Ja, dann habe ich das, äh... Das blinkt. Ja, eben war er nur ein normales Flugsymbol. Wir müssen abspringen. Ja, das wäre, glaube ich... Ich kann nicht mehr landen. Ja. Versuche jetzt noch an Höhen zu gewinnen. Wenn du was piepen hörst, sag sofort Bescheid und springen wir raus. Bereit? Abstieg in drei, zwei, eins, raus. Wie öfter war noch mal der Fallschirm? Ja, richtig. Ich fliege einmal ums Gebäude rum. Scheiße. Ne, da ist noch irgendwer anders, ne? Sehr viele Spiele haben bei mir gerade das Spiel verlassen. Ja, darum war ich plötzlich auch nicht mehr im Dings, ja. Scheiße, wo muss ich denn jetzt hin? Weil hier ist noch einer. Ja, weil, äh, CEO ist weg. Ernsthaft? Nein, wie geil, aber die Kisten liegen hier vor der... Okay, also... Ihr habt die Kisten erfolgreich abgeliefert. So viel kann ich euch sagen. Okay. Alle Kisten, alle Kisten, also tretet mal im Spiel bei. Alle Kisten liegen erfolgreich vor der Tür. Ey, bist du jetzt in der Sitzung alleine? Ja. Dann kann man jetzt gefahrlos die ganzen Dings wegbringen. Du bekommst noch mal einen Bonus. Also, ne, du bekommst dann nicht mehr, ähm, nicht so viel mehr als das, was da steht. Und du bekommst noch mal einen Bonus, je mehr Spieler in der Sitzung sind. Allerdings ist dann natürlich auch das Risiko, um einiges zu hören, dass die komplette Fracht zerstört wird. Ja, dann lass uns das jetzt sofort machen, ne? Das Lagerhaus hat jetzt einen Wert von 159.500 Dollar. Aber ich würde das andere erst leer machen, ne? Ja, aber da warten wir ja noch auf Steh. So. Weil da brauche ich drei Fahrer, hat er mir gesagt. Ach so, drei andere, okay. Ja, aber dann machen wir erst das jetzt hier leer, oder? Einmal damit mal gucken, wie es ist. Äh, du musst mich einladen, wie dann... Ja, kann man das mal machen. Ach genau, lad mich mal ein und weiß ich gleich hier, wie viel Zeugs ich kriege hier und so. Moment. Ja. Vielleicht muss auch erst deine Reputation als Verkäufer schon, wenn man da mehr bekommen. Ja, vielleicht... Ja, je öfter du was verkaufst, kann ja auch sein. Keine Ahnung, ja. Da gibt es eine Reputation, meine ich. So, du hast mich eingeladen. Will dich als Mitarbeiter. Gehalt-Bonus 40 Cent. 40 Prozent, ja. Ach, das ist, weil... Je nachdem, wie lange du schon in der Sitzung bist. Also, wie lange du an dem Tag schon spielst. Wie lange ich spiele, oder je mehr auf dem Server bin. Oder so lange, wie ich sie... Ja, ich glaube, je lange du spielst, weil der... Der Bonus ist ja noch da. Der steigt dann wahrscheinlich immer, wenn man an dem Tag... Also, der Bonus ist so lange da, wie ich sie oben bin. Ja, sozusagen. Ja. Ja, dann behalten wir doch jetzt diesen Server bei. Wir sind auf dem öffentlichen Server und wir sind die einzigen drei. Ja. Also würde ich sagen, wir... Offen. Wir machen das neue Lagerhaus, das große jetzt einmal leer. Und gucken, wie das überhaupt funktioniert. Das ist eine gute Sache, dann fahre ich jetzt einmal zurück. Und wie du Geld kriegst und so weiter. Und das zur Hölle. Was ist das? Pompöser Auftritt ist das. Zur Hölle. Ich sag doch, ein pompöser Auftritt sollte das sein. Ja. Ja.